Saturday Night, Poker Night und damit einen wunderschönen liebe Zuckermannschaft zu einer neuen Folge von Poker Night. Ja, letzte Folge haben wir es leider nicht hinbekommen, hier unseren ja, diesen Doggy hier fertig zu machen, aber heute habe ich mir die Aufgabe genommen, ihn richtig fertig zu machen und ihn vor die Tür zu jagen, den Hund. Gut, fangen wir mal an. Ich sage Call, mal gucken, ob wir mit 6 und 7 was reißen können. Ich denke mal, ja. Mal schauen. Ja, dann checkt mal, Doggy. Äh, Doppel 7. Wir haben... Ich würde mal sagen... Raze. Was? Raze. Was? 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 Nee, natürlich. Na komm. Alter! Jetzt ist doch das verkackte Telefon. Oh, Fuzznugget. So. Der geht ja all-in. Naja, wir haben Doppel 7. Der machen wir auch. Oh, great day in the morning. 209. Ich bin besser dran, du Sack. Wir kicken ihn raus. Ja. Gleich am Anfang, so sieht's aus. Und noch eine Moxie hinterher. Du wirst es nicht schaffen. Du brauchst ein Drilling. Hast du nicht. Ich bin der Sieger. Hahaha. Oh, yeah. Das bin ich. Dann hol ihn mal weg, ne? Hahaha. Hahaha. Hey, ho. Haha. You know, you could have just asked me to leave. Nein. Du wirst gleich erschossen. Hahaha. So. Nächste Hand. Einer ist weg. Bleiben noch drei. Hahaha. So. Ein J und eine 4. Ah, ich call mal. Check. Ich hab ja das Geld, ne? Hahaha. Äh, ja. Doppel 4. Ich, äh, bette. Interessant. Nein, warte. Was ist das Gegenteil davon? Mit einer Doppel 4. Mit einer Doppel 4. Ja komm, gibt noch was Gutes. Ich bette. Okay. Mach da. Oh. Okay, der ist weg. Don't be scared by the chips. Don't be scared by the chips. Okay, er geht mit. Mit 10.000. Und noch eine Queen. Er hat noch. Komm. Wir ziehen ihn jetzt aus. Er muss den All-In gehen. Ne, Moment. 7, 6. So. Ja. Wir wollen den Hund vor die Tür jagen. Im Regen. Schade. Tja. Ich hab den Pott. Hahaha. Ich wusste es. Der, der, der will da nicht mit. Dann wäre er jedenfalls out. Läuft. Läuft, würde ich sagen. Diesmal kriegen wir richtig gute Karten. Ich hab den Pott. Ich hab den Pott. Ich hab den Pott. Aber sie sagten, ich war nicht wolfig genug. Sie sagten, du solltest ein paar Pounde verlieren. Das muss man sagen. Was mit dir ein irischer Wolfhound und all. Oh. Ich bin ein irischer Wolfhound? Feet und Begora. Hahahaha. Ein irischer Wolfhound? Ja, was soll man dazu sagen? Ich bin auch raus. Das bezweifle ich. Ich kann es die ganze Nacht machen. Hahaha. Ich hab das Geld. Eine 10 und eine 6. Ich call mal. Mal gucken. Du kannst gewinnen, wenn du nicht spielst, Ed. Cool. Mal schauen, was das Blatt uns bringt in der Mitte. Na komm. LOL. Jack? Ich werde checken. Weißt du was? Ich mach 6,8. Was? Gehst du all in? Gehst du all in? Just remember, es ist nur ein Spiel. Ich bin folgt. Hahaha. Mit nix. Mit nix ziehe ich sie aus. Mit nix. So. Erstmal schön geblüfft, sagst du. Cool. Ah. Ah. So sieht es aus. So. Rock hat... Weißt du was? Ich sag einfach mal... Ah. Ich will die jetzt nicht gleich ausziehen. Komm. Erstmal 4000. Ja. Oh. Hahaha. Let's raise. Na. Soll nicht so viel lachen. Okay. Keep it cool. Don't stare at the money. Or it'll think you're a creep. Nah. Nää. Hahaha. Oh Sam. Ham. Think of all the Hamdingers we could buy with that. Shh. I'm thinking. Los Doggy. Be gentle. Hahaha. Du bist sowas von raus. Ich calle. Go on with your bad self. Das ist mir egal. Ich hab... Doppel 7. Äh. Der ist raus. Rock hat... Komm Rock. Wenn du mitmachen willst. Wenn du bei den Großen mitmachen willst. Geh aufs Ganze. Na komm. Oh. Äh. Äh. So. Was sag... Ach kacke. Hahaha. Ich bin weg. Das war nix. Das war nix. Sam hat gewonnen. Krass. Mit ner dreifach. Zwei. No. I mean yes. The player has a pair of sevens. Brock has two pair. Sam has three of a kind. On the side part. Brock wins. With the higher pairs. Ja kacke. Hätte ich das gewusst. Warum hat der auch noch ne Siege gehabt. Sam wins the hand. The blinds are now 600. And 1200. Okay. War aber gut. Muss ich schon sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass er so viel hat. Ich hole. Mal gucken, was die Mitte sagt. Und. Doppelzehn. Diesmal haben wir's aber. Mal gucken. Sagen wir. Wenn ihr mitmachen wollt. Mit. 5000. Na komm. Ja. Gut. Und. Sehr gut. Und. Was sagst du Doggy? Nope. Nope. Okay. Schade. Er callt mit 10. Ich liebe es. Wenn zwei Silverbacks kämpfen für Dominanz. Ich call auch. Noch ne 3. Ja mal gucken. Claptrap mit 5, 6. Also wenn du mitmachen willst. Kleiner Roboter. Musst du all in gehen. Ich will dich. Ich will dich komplett. Wow. Okay. Okay. Gut. Ich calle mit. Er hat auch ne 10. Aber ich hab. Noch. Ein König. Ja. Das bedeutet. Ich gewinne. Ich hab die. Hab den höheren Sidekick. Sozusagen. Nein. Nein. Warum? Jack High. Jack High. The player has. A pair of 10s. Mr. Samson has. Two pair. On the side pot. Brock wins. And on the main pot. Brock wins the ham. And on the main pot. Brock wins the ham. Woah. Warum kriegt er auch noch ne 2 dazu. Ich fass es nicht. Der Robot von Pandora. Is out of chips. Ja. Beaten by humans? Man. I'm gonna catch hell from the other robots at the next kill the humans meeting. Mhm. Warte. Vergiss das letzte Teil. Ja. Gut. Aber wir kriegen das noch hin. Das kriegen wir noch hin. Ich calle. Was? Was ist so lustig? Was ist so lustig? Ja. Mir egal. Nee. Ich hab nicht so wirklich die. Karten. Ich bin raus. Wow. Ja. Ich bin weg. Sam takes the pot. Ja. Ja. Kacke. Wir brauchen wieder bessere Karten. Auf jeden Fall. Sonst verlieren wir hier schon wieder. Um. Ich denke ich will callen. Ich check. Neun und ne Queen. Und ja. Doppelass. So. Ich sag mal. 3000. Interessant. Nein. Warte. Was ist das Gegenteil davon? Ich weiß nicht. Sehr gut. Er ist mit. Okay. Dann raise ich auch. Oh. Nicht cool, Mann. Oh doch. Ich find's cool. Und noch ne 10. Oh komm. Ja. All in. Ich denke du hast ein paar Chips da. Sparky. So. Das gewinnen wir jetzt. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Aber. Ich hab noch ne 6. Ich hab die höhere Zahl. Nice. Der Spieler hat ein Paar Aces. Brock Samson hat ein Paar Aces. Ja. Aber ich hab. Nein. Nein. Ich. 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 Ich hatte doch noch. Nein. Warum. Ich. Ich versteh das nicht. Ich versteh Poker nicht so ganz. Deswegen reg ich mich gerade ein bisschen auf. Weil. Eigentlich hatte ich doch noch. Den höheren Sidekick. Oder? Eigentlich hätte ich. Mansch. Ja. 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 Toll. Hab ich wieder mein Geld zurück. Ey. So. 2 9. Was. Wie. Call. Wir wissen noch gar nicht was drin ist. Ach komm. Komm. Gib mir. Ne 9. Ne 2. Ja. Hahaha. Ja. Gut dass ich mitgemacht hab. Ähm. Ich bette. Komm. Komm. Doggy. Ja. Und ich geh. All in. Ich habe. Zwei Paare. Ja. Muss doch was drin sein. Doggy ist raus. So. Mit. Mr. Rock. Du hast nix. Hahaha. Ich habe. Doppel 2 und Doppel 9. Ich habe. Zwei Paare. Das kannst du nicht schlagen. Son of a bitch. Yeah. 2 Paare. Rock has. Ace high. The player wins the hand. Dum 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 dum. Money money money. Jetzt bin ich wieder bei. 31.000. Haha. Sehr gut. Äh. Ich sag mal. Ich habe eine Frage. Ist es ein Riddel? Ich liebe Riddel. Und Clowns. Und Clowns. Ja. Doppel A's. Es läuft heute richtig. Geil. Ähm. Ich weiß nicht wirklich. Max. Was bin ich? Duh. Du bist ein Doof, Sam. Oh, Sam. Schau mal an die Hamdinger, die wir mit dem kaufen können. Leute. Das Rot, sie macht mir drauf. Haha. Und für einen Tonne. Und für einen Kilogramm. Hrrrrr, der hat huge Queen. Sehr gut. Ja! Er hat Doppel Queen, ich habe Doppel Ace. Ich denke, ich hab in den Statistischen rausk Banco krappert. Hrrrrhhha. Ähhhhhhhaaaaahhh. Los kommen. Hauen wir den Hund vor die Tür. Hool jak Massachusetts. Warum? Warum tut das Spiel mir das jetzt an? Nein! Fick dich, Spiel. Ja, toll. So ein Scheiß. Ich fasse es einfach nicht. Ja, check. Neun. Wir versuchen mal was. Und zwar versuche ich, das Kreuz zu kriegen Noch ein Kreuz, also mir fehlt noch ein Kreuz Dann hätten wir irgendwas bestimmtes und dann sollte ich gewinnen Also ich calle und hoffe, dass wir noch ein Kreuz kriegen In die Mitte, um zu gewinnen Ja, wir haben es Oh ja Was geht mit Ihnen? Und ich gehe all in Ja, das gewinnt mir auf jeden Fall Das ist nicht ein Kreuz, das ist das Das ist ein Kreuz Calle? Ja, ja, ich will den Pot haben Oh ja Was sagst du, Brock? Alle sind all in jetzt Jetzt kommt's Ja Flush Nein, warum? Nein Das ist nicht lustig Ich fass es einfach nicht Ich fass es nicht Alle haben ein Flasch? Das ist Dieses Spiel Aber Dann würde ich mal sagen Dank fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Bye bye Und denkt dran, Leute Immer schön den Lachs auf den Tisch schneiden, ne? D Und unten D D